Hallo meine Lieben, dieses 10-teilige GELAX-Set von Timo hat mich zu einer neuen Videoreihe inspiriert. Und zwar werde ich euch in nächster Zeit einige Sets präsentieren, die ich für sinnvoll und durchaus brauchbar halte, damit ihr euch nämlich weitere Enttäuschungen und unnötige Geldausgaben ersparen könnt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Video und würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal kostenlos abonniert. Los geht's, viel Spaß! Ich habe meine Nägel schon vorbereitet und blende euch hier mal ein paar Empfehlungen für die Naturnagelvorbereitung ein. Auch ein Video habe ich bereits dazu abgedreht, schaut da auch gerne mal rein. Sowie in das Video zu diesen Tipps mit Hilfslinien, die dazu da sind, wenn ihr Schwierigkeiten habt, Tipps gerade zu kleben oder wenn ihr schiefe Naturnägel habt, dann sind diese Tipps wirklich echte Game Changer. Nach der Vorbereitung möchte ich jetzt gerne auf die Vielfältigkeit von diesem wunderbaren Set eingehen. Das Set kostet derzeit gerade unter 6 Euro. Beachtet aber bitte, dass die Preise bei Timo dynamisch sind. Das heißt, die wechseln auch tagtäglich mal. Also wer das Set für den Preis erhaschen möchte, der sollte da schnell sein. Auch die Timo Mega Schnäppchen, die könnt ihr natürlich auch erhaschen, wenn ihr Neukunde seid. Falls nicht, fragt einfach mal Freunde und Familie. Zurück zu den Gellacken. Die sind wirklich sehr gut deckend und lassen sich auch für Farbverläufe super einfach verblenden. Was ihr noch machen könnt, wenn ihr Probleme habt, zum Beispiel Farbverläufe zu gestalten, dann probiert doch auch mal dieses Produkt aus. Das gibt es in vier verschiedenen Farbnuancen und lässt sich mega einfach verarbeiten. Es handelt sich um einen Topcoat, der einfach eingefärbt ist, den man aber auch als Basecoat sowie Bildergel anwenden kann. Dazu gibt es schon ein bisschen was in meinen Videos zu sehen und wird natürlich auch noch weitere Videos dazu geben. Auch als Fullcover kann man die Farben wirklich sehr gut auftragen. Hierzu kann ich euch nur immer wieder sagen, wenn ihr Fullcover-Nägel tragen möchtet, dann tragt die Farbe in zwei dünnen Schichten auf. Auch wenn die Farben deckend sind und am Nagelwall, sprich am Rand, arbeitet lieber mit einem feinen Pinsel, als dass ihr mit diesem breiten Pinsel aus den Pinselfläschchen arbeitet. Das geht meistens in die Hose. Also beherzigt am besten meinen Nailhack mit dem feinen Pinsel. Wir haben auch noch ein paar Farben, die so leichte Schimmerpartikelchen enthalten und auch noch weitere Effekt-Gellacke sind in dem Set enthalten. Mir gefallen die Farben richtig gut, auch wenn sie eigentlich eher so ein bisschen gediegener, etwas ruhiger sind. So finde ich, kann man damit doch richtig tolle Designs arbeiten, wie nämlich auch Vintage-Nägel. Das habe ich jetzt nämlich vor. Ich zeige euch hier einige verschiedene Variationen. Schreibt mir doch sehr gerne mal in die Kommentare, ob ihr das Design dann am Ende, wenn ihr es seht, genauso tragen würdet oder welches ist euer Lieblingsdesign aus meinen Vorschlägen. Der Weißton aus dem Set eignet sich übrigens auch zum Malen richtig gut, weil er wirklich hochdeckend ist. Ich glaube, man kann das hier sehr gut sehen. Und damit habe ich mir die Hälfte meines Nagels als Fullcover gestaltet und gehe jetzt mit einem Effekt-Gel daher, welches einen transparenten Grund-Gel-Ton hat und eben richtig schöne, rosé-glitzernde Schimmerpartikel enthält. Nach dem Aushärten gestalte ich mir mit besagtem weißen Gel-Lack aus dem Set noch ein paar Linien, damit ich meinen Naturnagel ein bisschen abdecken kann. Da ich noch nicht genug Glitzer auf meinen Nägeln habe, teste ich auch hier einmal dieses grobe Glitzergel. Davon habt ihr auch zwei enthalten. Ihr seht es ja auch am Anfang des Videos, welche Farben enthalten sind und wie die aussehen. Und damit gestalte ich mir jetzt hier noch so einen kleinen Streifen. Das Gel enthält hier so etwas größere und kleinere Paillettchen. Und alle Gelprodukte härten auch wirklich richtig gut aus. Um mein Vintage-Design noch zu vollenden, habe ich unter anderem dieses Sticker hier verwendet. Ihr findet alles unter dem Video verlinkt. Da müsst ihr einfach mal draufklicken und schauen. Es gibt so viele Sticker bei Temu. Ich kann leider nicht alles verlinken, weil es wirklich enorm viel ist. Schaut da einfach mal rein, was euch gefällt. Die Zeitungssticker und auch die mit dem Lippenstift, die habe ich auf jeden Fall verlinken können. Ansonsten, wie gesagt, tobt euch da aus. Es gibt wirklich richtig viel. Dieser Glitzergelack hat es mir auch angetan. Der sieht bestimmt auch richtig toll aus auf so transparenten Nägeln. Der hat so einen leichten Grundton in diesem Violett und dann eben diese gröberen Glitzerpartikel. Wirklich ein wunderschöner Farbton. Genauso wie das komplette Set meiner Meinung nach. Ich habe jetzt hier einmal versiegelt mit diesem Topcoat ohne Schwitzschicht aus meinem Lieblingsset, weil eben kein Versiegler enthalten ist, was ich bei dem Preis aber auch wirklich nicht schlimm finde. Übrigens der Preis, ich habe das Set für knapp 9 Euro gekauft, was auch wirklich nicht viel ist. Und so sehen jetzt einmal meine verschiedenen Designs aus. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei meinen nächsten Videos wieder mit dabei seid. Lasst mir sehr gerne ein Däumchen nach oben und einen lieben Kommi da. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald, ihr Lieben. Ciao.